Nötig und gefährliche Drohung sind nur zwei Punkte, die ihm vorgeworfen werden. Ist das ernst? Allenfalls Widerstand gegen die Staatsgewalt, falls er sich der Verhaftung widersetzt hat. Was droht ihm da? Naja, also bis zu drei Jahren Haft, theoretisch ist hier möglich. Das ist auch die Frage, ob er eben schon Vorstrafen hat. Also das ist sozusagen, wird dann ausgemessen entsprechend, aber so weit ist man ja noch gar nicht. Also wie ich gehört habe, ist da offensichtlich der Prinz auch psychisch beeinträchtigt. Also das wird alles eben zu prüfen sein. Wobei da glaube ich ganz ehrlich gesagt, diese psychische Beeinträchtigung, muss ich immer sagen, es klingt schöner, dass jemand psychisch beeinträchtigt ist, weil es natürlich von der Gesellschaft anders gewertet wird, als wenn man sagt, er hat einen Vollrausch und ist ein Alkoholiker. Also das klingt natürlich, hat eine ganz andere Wertung in der Gesellschaft. Wenn man sich jetzt seine Familiengeschichte ein bisschen anschaut, der liegt derzeit im ganz argen Clinch mit seinen Söhnen bei der Hochzeit von seinem Erbprinz, also dem ältesten Prinzen, der das Ganze eigentlich als Familienoberhaupt übernehmen soll, auf Schloss Marienburg. Der heißt übrigens auch Ernst August und hat eine russische Modedesignerin geheiratet, die Katharina, die unter anderem für große US-Stars auch designt. Und bei dieser Hochzeit war der Prinz Ernst August nicht eingeladen. Es gab schon im Vorfeld Drohungen, dass er gesagt hat, er wird seinen Sohn, den Erbprinz, eben enterben. Er wird niemals das alles bekommen, weil er hat groben Undank vorgeworfen, quasi er überlässt ihm das ganze Familienerbe und der Sohn lädt ihn nicht einmal zu der Hochzeit ein. Das macht man nicht, wenn man ein krankes Familienmitglied hat. Das macht man dann, wenn es vielleicht Gründe sind. Also auch ein Alkoholismus ist natürlich auch eine Erkrankung, aber ich glaube eher, dass er da noch ein bisschen über die Stränge geschlagen hat und dass man ihn nicht dabei haben wollte, weil es immer wieder zu Eklats geführt hat, wie eben auch bei der Hochzeit von seinem anderen Sohn Christian mit Alessandra. Dort soll er auch wirklich eine große Menge an Champagnerflaschen alleine gelehrt haben und soll dort für einige Aussetzer gesorgt haben, die nicht so schön anzusauen waren. Also ich glaube, wenn sich die Familie so separiert von jemandem, dann ist das vielleicht jemand, der in einer alkoholischen Erkrankung drinnen steckt, aber auf Hilfe verzichtet. Und das ist natürlich auch für die Familie sehr, sehr schwer. Da steckt also aller Wahrscheinlichkeit nach mehr dahinter. Frau Wagner, wegen einem einfachen Schleichzeich wird wohl die Staatsanwaltschaft Wels keine Festnahmeanordnung aussprechen. Darf man davon ausgehen? Ich, wie gesagt, ich kenne den Sachverhalt jetzt auch wirklich nur aufgrund der Medienberichte. Ich halte bereits die Verhaftung hier. Ja, aber ich will hier nicht urteilen, weil ich den Sachverhalt nicht kenne, aber es klingt mir schon ein bisschen überzogen. Aber möglicherweise, und deshalb also mein Einwand hat er sich der Verhaftung widersetzt. Ich weiß es nicht, dass es deshalb dann tatsächlich zu dieser Festnahme geführt hat. In weiterer Folge wird die Staatsanwaltschaft Wels, glaube ich, zuständig hier, entscheiden, ob tatsächlich Untersuchungshaft verhängt wird. Wie gesagt, da gibt es genaue gesetzliche Vorgaben, wann eine solche Untersuchungshaft überhaupt möglich ist. Die muss zunächst einmal eine gewisse Angemessenheit vorhanden sein. Das ist natürlich bei einer gefährlichen Drohung oder auch beim Widerstand, wenn jemand unbescholten ist oder nicht einschlägig vorbestraft, dann wird man hier sehr streng vorgehen müssen. Also meines Erachtens dann die Frage, ob das überhaupt verhältnismäßig ist. Es muss also auf jeden Fall eine unbedingte Haftstrafe zu erwarten sein. Das ist einmal die erste Voraussetzung für einen Haftgrund. Und das Zweite ist natürlich, dass ein Haftgrund im engeren Sinn vorliegen muss. Also man kann nicht einfach sagen, ja, hier droht eine hohe Strafe und deshalb werden wir den Menschen halt jetzt in Untersuchungshaft nehmen. Sondern es muss wirklich im engeren Sinn auch ein Haftgrund vorhanden sein. Das ist eben im Gesetz klar aufgezählt. Eben Fluchtgefahr wäre ein solcher Haftgrund. Tatbegehungsgefahr oder Wiederholungsgefahr kann man annehmen, wenn einer das immer wieder macht. Wäre das schon gegeben, weil seit Juli da mehrere Vorfälle gewesen sind? Unter Umständen schon. Also da ist theoretisch natürlich, kann damit argumentiert werden, wenn jemand immer wieder dasselbe Delikt wiederholt und Körperverletzungen, Drogen und so weiter macht, dann kann man durchaus eben davon ausgehen, kann der Staatsanwalt davon ausgehen, dass hier eine Tatbegehungs- oder Wiederholungsgefahr vorliegt. Und dann gibt es noch den Haftgrund der Verdunkelungs- oder Verabredungsgefahr. Das ist ja, wenn die Gefahr besteht, dass man sich mit Zeugen abreden könnte. Das wird hier eher wohl nicht der Fall sein. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles nur Ferndiagnosen. Ich kenne den Sachverhalt nicht. Ich kann wirklich nicht beurteilen, ob es so weit kommen wird, dass der Herr Ernst August tatsächlich in Untersuchungshaft genommen wird. Also ich gehe eher nicht davon aus, aber möglich ist natürlich alles. Es sind schon Leute wegen Zahnbürstel, Diebstählen im Supermarkt, in Untersuchungshaft oft monatelang sogar gelandet, muss man auch sagen. Aber dass er überhaupt festgenommen wurde, lässt das vielleicht sogar eher darauf schließen, dass mehr vorgefallen ist als ein Schleichzeich, ich schicke euch einen Schläger-Trupp. Naja, das gehe ich schon davon. Naja, das ist ja auch schon relativ viel, das muss man schon sagen. Es ist schon eine gefährliche Drohung, weil es ist eine Haftstrafe bis zu drei Jahren möglich. Okay.